Wir können für die Unfähigkeit anderer Clubs und anderer Verantwortlicher, können wir nix. Wir haben zwar, ich glaube, in sechs Tagen oder fünf Tagen wieder ein Finale, aber ich glaube, mit 1,8 Promille haben wir trotzdem noch eine Chance. Schweini, Robben, Kaiser Franz, Dominanz, Dante Tanz, Neuer, Müller, Meier, Sepp, Reberi und Grabscher Pepp. Denn nur, wenn wir das tun, haben wir, wie sagt man, sexuelle Belästigung? Ja. Konkurrenz am Arsch geleckt, kauft die besten Spieler weg. Langeweile jedes Jahr, Meister schon im Februar. Wir sind der Depp in Bayern, wir sind der Liga größt, was fast so geil wie Jesus. Millionen auf Reservebank, sitzen sich die Ärsche blank. Freundschaftsspiel im Wüstenstaat, immer schön im Peitschentakt. Menschenrechte scheich, egal, Hauptsache VW bezahlt. Das ist doch der Hammer und wer braucht eigentlich Sammer? Ich glaube nicht, dass Bayern München einen Punkt weniger hätte, wenn Matthias aber nicht da wäre. Rummenigge, Rumgezicke, Uhrenschmuggler ohne Knicke. Uli, der Moralverkünder, kleiner, dicker Steuersünder. Bayern München ist Moral, gerne mal. Egal, egal. Uli sagt, mir ist ein Nier. Kalle sagt, ich danke dir. Wir sind an der FC Bayern, arrogant und kühl mit... Gute, 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 gute Gefühl. Wir frauen uns die Eier, so wie dieser Bär. Das fällt uns nicht schwer. Ha, gut greift der feine Herr. Danke, danke, danke sehr. Ja, jetzt reicht's aber auch, gell. Wow. Ne, ist echt. Wir sind zufrieden. Wir sind sehr zufrieden, von daher... Vielen Dank. Danke.